Dieses zu erwerbende gut gepflegte 4-Zimmer-Einfamilienhaus liegt im Donnersbergkreis. Das im Jahr 1994 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einlegerwohnung sowie einen Keller. Es hat zwei Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 240 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 199.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.